so wenn einfach mal angegriffen ganz frivol das macht uns nix ja ist ihr seid auch richtige helden erst abhauen also erst angreifen abhauen das nicht mehr machen so alles klar dann 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 kliff dann haben wir haben drei canyon ja zu hause natürlich auch logo ja so einfach mal nichts portal dr chem machen wir als letztes dass mich der boss da oben ist was schönes ach das war glaube ich jetzt mit diesem flight das möchte ich gerne als letztes mal was hat man da hinten noch nein 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 Ah ok Ich lasse jetzt einfach mal hier rumlaufen, die Viecher, weil die tangieren mich jetzt eigentlich nicht so Äh, so Das stimmt, warum immer noch zum Schluss? Hat sich nicht geändert? Ähm, ist da auch irgendwas gewesen? Ne, das glaub ich... Ähm, ich flieg mal hier rein, weil ich bin mir sicher, ob da auch ein Portal war Das werden wir jetzt in kurz erfahren Äh, nein, da waren vergleichsweise wenig Portale drin Gut, alles klar Da hinten, da... Ach so, das bin ich wie am Anfang Okay, wir eine Runde laufen, kein Problem Das hält uns fit Wir haben's gleich, keine Sorge So, okay, ähm... Da waren wir jetzt Was ist hier? Ne, da war glaub ich nix, Portal technisch, nur ein Eierdieb Den haben wir aber schon erlebt Bin ich jetzt im Kreis gelaufen wieder Oh, ich hasse mich Ist nur der Dr. Shem und dieses Night Flight Wirklich jetzt? Ernsthaft? Gut, wir machen erstmal dieses Night Flight jetzt Geht das hier? Ah, das geht Aber gut, dann machen wir das so Ich hab gedacht, hier werden noch ein paar... Oh, cool! Leben! Einfach so! Oh, okay Okay, 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 okay Äh, he, he, he Was, wie, woran? Ich bin zu tief Ah! Ahaha! Okay Ja Ach, du heiliger Bim Bam Boah! Puuuuh! Ich stelle euch auf einen sehr langen Level ein Oh! Kinder, Kinder, Kinder! Ich bin so echt! Ah! Erstmal ganz... Achso, ich hab Zeitlimit! Scheiße! Ich hab auch mit Flügel schlagen Kann man mit X ja Kreisfahrt zu Feuerspalten Das ist sehr schön Oh, das war so knapp Ah! Ah! Komm schon, letzte! Letzte! Boah, grad so! Was muss ich jetzt machen? Hier durch bis zwei Ach, ist so eng alles Aha! Ah! Nein, ich stelle mich nicht nur an Ich... Nein! Ich lebe noch Ich lebe nicht mehr Ja Ja Ich denke mal Ich muss hier zu nichts mehr sagen, oder? Ich schlage mal in die Flügel Ich weiß, ob es irgendwas spricht Ob das mal schneller, oder? Schätze ich mal Würde zumindest Sinn machen So von der physikalischen Seite her So! Okay, alles klar Ich hab ja nichts verpasst jetzt an den Kisten Denken nicht, oder? Oh, das ist so knapp gewesen Oh, das ist so knapp gewesen Ich hab eine verpasst, die hab ich nicht Nein! Ich leb! Ich hab echt nichts für meine schwachen Nerven hier So! Also einmal vom Gleiten die Rede Jetzt muss ich auch noch hier fliegen Also Ist ja hier Betrug am Kunden So! Äh! Betrug am Drachen Ja! Das ist natürlich ganz super Das wollte ich schon, als wäre es nicht vorher schon... Das hier, das ist das gleich vergessen Das wird nichts mehr Mir ist doch warm Ich bin durstig Ich werde gegen beides Was unternehmen Nach diesem Part Also Nach diesem Level Äh! Vielleicht wird's der längste Part aller Zeiten Das kann durchaus sein Aber ich sag mal so Es macht Spaß Also es ist nicht so, als ob es keinen Spaß machen würde Aber es ist einfach nicht so meins Ich bin eher so Eher so ein ruhiger Geselle Der so ein bisschen ruhig MAAAAK Also um die eigene Achse drehen Das ist echt nicht so leicht hier Ja, das ist natürlich jetzt die Krux Weil die ersten drei Malen hat's so super funktioniert Und jetzt geht's einfach... Geht's einfach gar nichts mehr Beim ersten Mal war ich davon nur überrascht Weil ich dachte Was kommt jetzt auf mich zu? Beim zweiten Mal war ich auch ein bisschen überfordert Und ab da Geht's einfach nur bergab Also was seid ihr auch schon von mir gekommen? Boho Hund So... Ausweglose Situationen Die auch dann wirklich ausweglos sind für mich Oh, das war so knapp Man schafft Zeit Okay, 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 okay Okay, okay Danke, danke Oh Gott So Nicht zu tief fliegen, Spyro Wie fliegt ihr euch so schnell, Mann? Meine Nerven So... Wenn ich uns übersehe, weine ich Oh Gott, ich bin so ruhig, dass mir das vorbei ist Leuchttürme Ich kann dezent gegenfliegen Das ist nicht schlimm Wo muss ich hin? Hier lang? Was? Hier wo? Nein, nein! Flieg weiter! Hoch! Ach so eine Tortur Wo sind die Leuchttürme? Hallo! Leuchttürme, ich brauche euch doch Tschüss! Komm schon! Was für eine Tortur Scheiße Nein, ich habe nicht den Überblick verloren Nein, alles gut Ich wusste ganz... Zu jeder Zeit, wo ich bin Wo ich die Bezeichnung Leid gelesen habe Da wusste ich... Es ist... Es ist... Es ist nichts Gutes, also... Aber es toppt noch die schlimmsten Erwartungen Wenn ich das jetzt nochmal hinkriege hier ohne Probleme Dann ist das schon mal sehr, sehr... Entschu... Ich wollte gerade sagen, schwimm weiter Das wäre auch falsch gewesen Flieg weiter Ähm... Wäre schon mal sehr, sehr viel Wert Aber es sieht auch gut aus Ich bin da nur ein bisschen langsam, glaube ich, oder? Aber ich bin... Auf der einen Seite bin ich zu langsam Auf der einen Seite bin ich zu schnell Also zu langsam für die Zeit Zu schnell für mich Scheiße, Leuchttürme, echt jetzt Hier ran, oder was? Hier lang, okay, okay, okay Das macht es nicht besser hier, das... Der Zeitdruck... Ah, okay, jetzt bin ich von übersehen Jetzt weiß ich's, okay, 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 okay Leuchttürme? Leuchttürme, hallo? Da oben! Schwimm! Flieg! Nein, wie soll das eigentlich immer schwimmen? Also den Unterschied zwischen Schwimmen und Fliegen nicht kennt, dann... Ähm... Da hat man einiges falsch gemacht in seinem Leben bisher Also wenn ich jedes Mal, wo ich jetzt dachte, ich wäre geschwommen in meinem Leben, wirklich geflogen bin Ich war mal im Schwimmverein Ähm, dann... Ja... Da hab ich schon einige Kilometer hinter mich gebracht Ja! Das war auch sehr schön Na gut, das ist scheinbar vorurteilt draus Also ich hoffe ihr habt euch mit... Knabbereien und... ähm... Leckeren Brinks eingedeckt, weil das kann sehr langer Abend jetzt werden hier mit uns Ähh... das ist natürlich was für ein stream nämlich stream würde irgendwann mal macht das aber so acht stunden stream einfach nur night flight bricht alle zuschauer ich gerade so als player kann man ja auch mal weiß ich nicht ausmachen oder beim streamer live dabei bleiben nur ein stream mit zwei zuschauern lohnt es dann auch nicht deswegen sich von stream und night flight das ist dann eher so eine kombination die ich dann nicht in erwebung ziehen würde muss man ein bisschen bequemer hinsetzen glaube ich das ist mir alles nix hier gehabt ich noch mal sterbe dann muss ich mein headset erst mal verändern position des headsets vielmehr das spiel war mich gerade fix und fertig wirklich das ist echt nix für meine schwachen nerven so die musik noch dabei jemals auch nicht besser auf der einen seite ist die musik recht auf der anderen seite ist irgendwie also sie lässt einen schon wissen dass es hier um was geht so ich bin so blöder nein nein also ich glaube die position ist so gut ich guck gerade mal ja so headset passt jetzt kann nichts mehr schief gehen aufs neuen ufern mikro ist auch anders sehr schön ich darf nicht zu schnell werden was ist denn hier ich mache es mir einfach selbst schwer ich weiß ich habe diese einen verdammten leuchtturm für mich gesehen ich muss erst mal den leuchtturm erreichen aber beziehungsweise die leuchtturm session vielmehr aber trotzdem zerbreche ich mir schon ein bisschen den kopf darüber dass ich gleich die leuchttürme auch alle finde ich muss nicht dagegen speien wo das glas ist und ich kann auch gegen den leuchtturm an sich aber ich habe die leuchtturm gesehen letzten also nicht die letzten sind drittletzten das ist das traurige kommt noch zwei ich kann natürlich jetzt auch schon auf dem hinweg die leuchttürme anstrengen aber das ist mir irgendwie ist mir das nix ich will es einfach mal ein ganz astreien run hier danke so sieht bisher ganz gut aus als kindesbuch komme ich wahrscheinlich nicht rein was die zeit betrifft aber es läuft wir haben nie so einen wackeligen spyro flieger gesehen denke ich mal ich habe mir vor wie so ein irgendwas irgendwas was ich nicht bin oder ich muss da lang was mache ich denn alles gut alles gut alles gut bleibt ruhig bleibt ruhig bleibt gediegen wartet 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 hier ist einer da ist da ist einer fliegt dahin du blöder drache fliegt doch bitte dahin nein nein mir ist doch warm und ich bin durstig wenn ich das spiel raubt mir gerade jegliche energie ich werde dann erstmal zwölf schon schlafen glaube ich hab ich das geschafft einfach so ein gediegener shooter wo man einfach nur so einfach schießt das ist genau das richtige für mich aber irgendwie hektische ausweichen irgendwelche was mit reaktionsfähigkeit ist einfach so nicht so meins ja ich dachte schon ich habe immer so ein drang nach rechts ich weiß auch nicht warum ich immer dahin fliegen will da ist noch einer nein spyro mach mich jetzt bitte nicht da komm schon komm schon schaffst du das schaffst du das schaffst du komm schon 0,4 habt ihr das gesehen vierzehntel 120 neuer rekord neuer versuch nein nein ich stelle mich gerade an als hätte ich den boss von keine ahnung als hätte ich alle alle herausforderungen von vanquish gemeistert oder keine ahnung hätte lost planet 2 platiniert ich weiß nicht ja ich weiß nicht ist jetzt schon dr shamp dran oder was ernsthaft mir kommen fünf so wenig vor in der ersten vor allem diese flight dinge ich meine da wäre doch in jedem abschnitt jeder weltweite oder irgendwie ist das komisch gerade egal ich gehe jetzt zum dr shamp ich werde am ende sehen wenn ich irgendwie am ende des spiels nur 96 prozent habe dann werde ich ja sehen okay irgendwo so schief gelaufen so dr shamp man kann uns erstmal ein bisschen verarzen lassen ja schick mal hier dein oh ok der ist ein bisschen anders oder waren das in der einen welt auch schon die dinge ja diese diese typen da waren die ein bisschen anders ich weiß gar nicht ach so die laufen dann in den abgrund man kriegt trotzdem die edelsteine das ist sehr schön ok alles klar ich bin auch fix und fertig vom flight und statt die aufnahmen zu beenden mach ich das erstmal hier fertig ich habe so einen trockenen so jetzt haben wir doch bitte den edelstein ein so danke ach also Spau und ich müssen einfach zusammen halten weil sonst wird das hier nix uah boah um die ecke uah 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 na was ist denn hier los ähm warte mal ist hier irgendwie eine brutstätte oder so warte mal wie viele waren das waren das jetzt 3 der ein ist einfach mal auf 2 sind sogar hier lang gelaufen na gut warum wir nicht ähm dann müssen wir nachher von der anderen seite nachher lang das ist okay einen Schlüssel gut dass wir das schon mal wissen Hier ist auch Geschichte, die nette Dame. Da ist auch wieder eine. Was ist hier? Nix. Es ist alles ein bisschen eng hier. Hallo. Gut. Ich habe echt Angst, dass hier so ein Typ losgeschickt hat, der irgendwo runtergeplumpst ist und nicht den Edelstein übersehen. Das wäre eher super optimal. Okay, alles klar. So, dann können wir von hier aus nämlich jetzt überall hinfliegen, wo wir wollen. Nämlich zum Beispiel... Ah, ein lila Edelstein. Okay, den holen wir uns. Gut. Einfach einen Kommentarlos hinnehmen. Schnelldurchgang mit Schnelldurchlauf irgendwie kombinieren. Das war aber nicht möglich, leider. Die Koordination zwischen vier und Kreis. So. Was genau hat denn jetzt hier nicht funktioniert? Ich will das gerade nochmal machen, bitte. Ich will das jetzt nicht so akzeptieren. Weil es jetzt eigentlich nicht so der unmögliche... ...Gleitflug war. Wahrscheinlich bin ich zu früh abgeschrungen. Ja? Ja? Ich wollte schon sagen. Danke! So. Na, ich bin, glaube ich... Ich weiß nicht, ich habe... Ich glaube, ich zu früh... ...nochmal X gedrückt. So, da oben die, die muss ich gleich irgendwie von da backern. Das ist kein Problem. Das dürfte im Bereich des Möglichen liegen, schätze ich. So, ein Drache! Wer ist das? Das ist der... Trondo! Dieser Typ hält sich für so cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, ihm zuhören zu müssen. Aber eins kann ich dir sagen. Er sollte sich besser vorsehen. Mhm. Vorsicht, ist besser als Nachsicht. Ach, das ist er! Ein Medi-Simon offenkundig, okay. Na jo, kein Problem. Aber erstmal machen wir jetzt hier, oder? Können wir von da dann dahin... Erstmal machen wir... Ich will erstmal das sammeln hier, das ist immer wichtiger. Ich habe geschempert erstmal raus. So, okay. Kannst du dir jungen Dame hier fliegen? Danke. So. Ding, 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 ding. So, Doktorius. Was? Das zwiebelt ganz schön, ne? Boah, jetzt ne Libelle, das wär's natürlich. Oh, ich hab was übersehen. Gut, dann fliege ich nochmal drüber. Vielleicht treffe ich dann irgendwo ne Libelle. Also, ne Schmetterling. Ich hab's ja auch gar nichts gesehen, was so nach Schmetter... Aha. Ah, ne, das ist so ein Ding. Äh, ja, ein Libelle wäre jetzt echt voll toll. Ähm. Ähm. Ich möcht' nicht sterben. Aber wenn uns Leonardo DiCaprio eins gelehrt hat, dass man nicht sagen darf, ich will nicht sterben, sondern man muss sagen, ich will leben. Mhm. The Beach. Von 1998, glaub ich. Ich fand ihn ganz gut. Ein sehr guter Film. Da war der DiCaprio noch recht jung. Ich glaub, das war... Nein! Etwa Zeit... Also, der kam kurz nach Titanic, glaub ich, raus, der Film. Ich find ihn gut. Kann ich euch wirklich empfehlen. Da geht's um einen Strand. Hätt's gedacht. Äh. Ich möchte, dass er... Danke, dass er sich umdreht. Ich möchte, dass er sich drehen, weil manchmal dreht er sich so im Kreis, wenn ich's richtig in Erinnerung hab. Das wär voll toll, wenn er's wieder machen würde. Was soll die Geste denn bitte, also? Boah, als mal ein Fußballer gemacht hat, da wurde er gesperrt. Ja, war's eigentlich. Oh, Fußballer ist mal. Oh, Fußballer ist mal. Nein, ich hab ihn nicht getroffen. Was? Danke. Der stellt sich was an. So. Ist ja noch irgendwelche Egelsteine. Nee, okay. Okay. Deh, 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 deh. Ah, ja, 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 ja. Du mich auch. Dreh dich! Was macht der jetzt? Okay. Das war eigentlich das Duell Loth gegen Elend grad. So, ähm. Äh, da kann ich hoch und da kann ich auch hin. Okay, einen Schlüssel haben wir schon, das ist sehr fein. Eins, zwei, scheiße. Die will ich auch noch. Äh, so, okay. Äh, nach Hause? Das ist mir noch nicht. Ich hoffe, wir sind bei 300 und ich hoffe, wir sind jetzt fünf, ein Lidländer drin. Oder zwei gelbe und einen blauer. Oder, weiß ich nicht, zehn grüne und fünf rote. Oder ein Lidländer. Gut. Ah, das war, das war schön. Jetzt muss ich aber nochmal eine Runde fliegen. Oder gleiten. Hm. Ist aber an sich kein Problem. Gucken wir nochmal grad nach. Dr. Shemp, einen Drachen. Alles klar. Oh ja, mal alles. Also können wir jetzt, ähm. Gucken wir mal auf. Na, ich gucke gleich, wenn ich rüberfliege. Ich glaube, es wäre hier auf der Brücke gelaufen, auf meinen Aufnahmepunk-Kramm zu gucken, weil ja genau sowas passiert. Der bleibt aber tot, oder? Ja, das ist sehr schön. Einen Gegner können meinetwegen wiederkommen, weil der soll bitte tot bleiben. Ähm. Alles klar, ab nach Hause. Alles klar, ab nach Hause. Das ist das. Oh, das ist sehr froh. Ich habe auch mal ein größer